So, und wir schauen uns jetzt kurz um. So, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt das Hufstuhl gerade nicht gehört. Ich habe mich gerade mega verschluckt. Ich dachte, ich muss hier auf dem Stuhl krepieren, ey. Während dem Let's Play. Wäre nicht so cool gewesen. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber jetzt geht es mir wieder ganz gut. Ich habe das Mikrofon gemutet. Ich habe das noch nie probiert. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich glaube aber nicht. Aber... Schade, das hätte uns echt helfen können. Schauen wir mal das Hundefutter an. Ich hoffe, wir werden nicht genug genug bekommen, dass das zu essen beginnt. Ich bin nicht so hungry. Außerdem muss ich die Gartentür beobachten. Gut, da hat er natürlich recht. Sollte sich erst drinnen umsehen. Was ist das? Mikrowelle. Gucken wir mal auch mal rein. Kein Strom im Kühlschrank ansehen. Und natürlich auch den Gefrierschrank. Oh, die Zeichnung. Entschuldigung. Ja, das war wohl Walter. Walters tut uns leid. Wir wollten das natürlich nicht. Es lag nicht an dir. Es lag nicht an dir. Schauen wir uns mal die Uhr an. Die Whiskyflasche können wir mal nehmen. Ich wollte auch nicht, dass du es trinkst, sondern du nimmst. Es sieht sehr günstig und schwer aus. Ich glaube, dass es keine Lütter sein könnte, dass das Ding zu weit entfernt werden. Okay. Öffnen wir mal die Türe. Okay. Okay, da ist die Toilette. Oh, da sieht die Familie. Ich glaube, ich würde mich selber auch schwer tun, so Familienfotos anzugucken, bei so einer, ja, Zombie-Apokalypse. Okay. Nächste Tür. Öffnen. So, eine gibt's noch. Eine Doppeltür. Okay. Oh, die Musik wird immer so dramatisch. Und ab die Post. Jesus! Was? Was ist passiert? Es ist nichts. Nur, nichts. Well, das Ort nicht hat so viel. Wir sollten hier ein bisschen gut sein. Zumindest bis es außerhalb unten ist. Gut. Danke. Was ist das? Ja, für heute. Aber ich bin wirklich Angst, dass seine Lüge getroffen hat. Ich glaube nicht, dass du irgendwelche medien während du dich herumschraubst? Nein, nur Pferde. Und da ist ein bisschen Whisky in der Branche. Ich habe nur gefragt, Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf der Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was er will? Ja, Clementine. Go ahead, Clem. Es ist okay. Du bist nicht in einem Problem. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht schützen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich sagte ihm, ich versuche zu finden meine Eltern und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will mir helfen, zu finden sie. Clementine, honey, Trust me, das ist nicht was er will. Er... Lee? Lee, du musst hier jetzt aufstehen. Was ist falsch? Es ist Kenny. Kenny sagte, er hat er gehört, dass er etwas da ist. Er ging nachdenken. Er ist da? Ich kann ihn nicht aufstehen. Bleib hier. Und wir werden uns jetzt ganz langsam nach oben begeben. Jimmy? Kenny, du bist okay, Mann? Oh, Jesus. Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kind of looks like duck, nicht? Er ist nur ein Kind. Was ist denn da? Was ist alles passiert? Er ist gar nicht so. Es war alles. Es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich es können. ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht schon vor. Ich kann es jetzt nicht tun. Ich kann es nicht tun. Wir schauen mal den Zombie an, nicht nochmal dein Kind. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Es ist nur eine Kugel. 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 Oh, mein Gott. Es ist nur eine Kugel. Es ist nur eine Kugel. Es ist nur eine Kugel. Es ist nur eine Kugel.